Sonnebrille auf und los geht. Ab in den größten Horror. Fragt mich nicht warum, aber dieses Spiel wurde mir empfohlen und deswegen spiele ich es einfach mal. Also Kontrolle, ja wie haben wir uns die? Leften wir mal mit Kamera, aha. Spotlight, okay. Vielleicht müssen wir irgendetwas fotografieren. Viel Glück. Werde ich anscheinend durchlaufen. Boah, was zur verfickten Hölle. Was ist das denn? Ich sollte davon ein Picture machen, okay. Yay! Eins von sieben. Okay. Verschreit müssen wir Leichen fotografieren oder irgendetwas. Yeah, geil. Sehenswürdigkeiten fotografieren. Yay! Gibt es vorne ein Leichen? Hallo, ich bin nicht vom Wegabkommen hier. Ich lauf der Sonne entgegen. Und ich lauf, ich finde nicht mehr den Weg. Was für ein Zufall. Der Weg geht der Sonne entgegen. Verdammt, das war einmal. Ein Tag hat 24 Stunden. Eins, zwei, drei, What the fuck? Vier, fünf, sechs, Leiche! Acht, neun, zehn. Wollte schon sein. Okay, hier ist anscheinend auch ein Weg. Alter, bevor ich gar nichts mehr sehe, sollte ich mal lieber den Weg wiederfinden hier. Also, ganz langsam, hier lang, Weg, Ende. Scheiß drauf, einfach irgendwo hinlaufen. Zumindest denke ich das so. Ja, ähm, erstmal herzlich willkommen zu Missing. Wichtig. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Missing. Hier ist euer John Mitzker LP. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, weil ich diesen Kanal seit ein paar Tagen leite. Paar, tagen, paar tagen leite, also... Soll mir egal sein, warum. Weil ich herzlaufen. Das wird immer schnell. Ich dreh durch. Hallo. Oh. Hallo. Hallo, mach das Licht an. So. Fuck. Fuck. poppers of God ich war nicht ja alter was macht er denn da steht er nur rum du siehst aber hässlich aus kollega sobald das nicht ausgeht kann ich schon mal tschüss zu meinen leben sagen strand fach bin gefickt ja ja Mama? 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 Angst, Gänsehaut, Mama. Das ist aber wenigstens nicht so schwer, nur verfick doch mal einen Trend lösen. Ich hoffe, dass ich auch lauter als das Spiel rede. Alter, habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Guten Tag. Ich bin schneller als du. Wann geht denn bitte schon mal wieder die Sonne auf und fahren darf? Ach so, hier war ich schon mal. Ah! Mann! Was? Fuck der Scheiße, Mann. Weil das Licht ausgeht, verabschiede ich mich schon mal von meinem Herz, weil dann bleibt es stehen. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Ja. Tschüss, Herz. Hä? Wo ist denn der Bastard jetzt? Was ist denn da hinten? Nicht so wild. Oder doch? Oh, fuck, ich hab's drauf, Alter. Immer wenn ich wieder neu anmache. Ich hab's voll drauf, Alter. Hä? Geh weg. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Fuck. Fuck. Lauf. Run, motherfucker, run, motherfucker, run. Oh, ich bin eigentlich so oft immer vor mir. Was ist das für eine Scheiße? Oh, fuck. Fuck. Hau. Ja, okay, das könnte ein bisschen länger dauern, wenn ich so weiter wegrenne, weil ich einfach Pro bin. Ich kann's halt. Warum bin ich so langsam? Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Tod? Hallo? Bist du? Hallo Tod. 3, 2, 1, hallo Tod. Hallo, Motherfucker. Ja, aber bitte. Nette Schambehaarung, Digga. Okay. Empfehlt mir weiterhin Spiele. Oder beziehungsweise empfehlt mir mal Spiele. Und ja. Eure GermanScareLP. Und tschüss.